Durch das, dass die Preise auch in der Schweiz so überhöht sind, kann man inzwischen von einer Zwei-Klassen-Gesundheitssystem sprechen und deshalb ist es wichtig, dass man nach Massnahmen und Instrumente sucht. Das TRIP-Abkommen hat dieses Instrument, die Zwangslizenzen und deshalb sollten wir ernsthaft die Umsetzung in Erwägung ziehen. Die Pharmaindustrie legitimiert die hohen Preise mit den Forschungskosten und deshalb ist es gerade wichtig, dass man hier Transparenz schaffen kann und die Politik auch intervenieren kann. Ich finde es auch sehr bedenkenswert, wenn der Wirtschaftsminister in Kolumbien eingreift und für die Pharmaindustrie Stellung einnimmt und sagt, dass wir, falls sie ihre Forderungen nicht zurückziehen, die Entwicklungsprojekte zurückhalten werden. Ich glaube, unser Wirtschaftsminister hat hier etwas nicht so ganz richtig verstanden. Wir haben im TRIP-Abkommen klare Rechtsmittel für Zwangslizenzen. Da gibt es auch Kompensationszahlungen an Patentinhaber und Inhaberinnen. Deshalb gibt es rechtliche Grundlagen. Deshalb sollen uns auch unsere Bundesräte gerade für Zwangslizenzen in der Schweiz, aber auch im Ausland einsetzen.